Willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level per Day. An dieser Stelle sei gesagt, liebe Leute, sendet bitte immer nur ein Level unter einem Namen ein und nicht unter mehreren Namen von einem Account ein oder mehrere Level. Ja, denn wenn ihr fünf verschiedene Namen nehmt und ich dann sehe, passt mal auf, das ist immer der Name XYZ, dann wäre doof, ne? Müsste ich eigentlich sagen, ey, spiele ich nicht, weil, äh, versuchter Betrug, aber ich spiele es trotzdem jetzt, ähm, weil ich halt natürlich gerne eure Level spiele. Bloß, wie gesagt, seid da ein bisschen fair auch den anderen gegenüber, okay? So, Speedrun Capture the RX von Jenny. 27 Leute von 53 haben es geschafft, eine Abschlussrate von 2,99%. Ich bin mal neugierig, wo diese Prozente schon wieder herkommen. Ähm, dass ich schon wieder gequält werde. Oh nein. Und diese Sounds, auch Leute, muss das denn sein? Man sieht gar nichts, das ist, sorry, das ist schon übertrieben. Das ist zu viele Sounds. Das, 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 das lingt ein total ab, das, boah. Also, ich kann gleich schon sagen, mir vergeht jetzt schon am Anfang die Lust. Und das vergeht mir noch nicht mal mehr bei irgendwelchen, äh, Kaizo oder, ähm, wie heißen die, ähm, Hangar-Leveln. Oh, 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 oh. Ah. Echt. Was? Ja, man sieht doch gar nichts. Man sieht doch gar nichts. Was soll denn das? Man sieht vor lauter Effekt das Level kaum noch. Ich... Es geht auf die Ohren. Es tut weh. Wenn man innerlich Aggression zu einem Level aufbaut, ist es dann gut? Ohne Effekte würde das Level, glaube ich, mir viel besser gefallen. So. Nervig, nervig. Ja. Okay, gut, ja. Hm, ja. Warum hat er sich denn jetzt geduckt? Ah, das war jetzt meine eigene Schuld. So, hier lang, hier lang. Ich, ich, ich... Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Ich krieg kein Kind. Nein, keine Sorge. So. Ich kann auch nicht viel sagen. Wenn ich hier was sage, dann entwickle ich so einen richtig inneren Hass. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Oh, oh no. Oh, oh no! Oh, oh no! Oh, oh no! Oh, oh no! so und durch da so hier durch hier durch hier durch hier durch ja genau ein fehler ich krieg's ja nicht ah nee nee oh das muss ich ja noch sieben Minuten ertragen oh komm durch da durch da durch da durch da so mach auf anshaft oh no durch da durch da durch da durch da durch da um Hat mir das Level gefallen? Nein. Gibt es für mich einen Wiederspielwert? Nein. Nein. Kreativität? Ja. Ja. Design? Auch in Ordnung. Optik? Und Design? Ja. Kreativität? Und... Ah! Nee. Nee. Also, es... Ah! Es gab auch... Unfair in Form von... Ja, aber... Nee. Es gab keinen Gegner Spam. Obwohl, es gab es schon. Aber wie gesagt, das ist so eine Grenzsache. Aber es war halt total unfair. Wegen der Zeit und allem drum und dran. Ähm... Von dem her... Gut. Aber... Ist meine Meinung. Wir gucken mal, ob die Zuschauer, was die dazu sagen. Eins... Drei... Drei... Vier Sterne. Also, das hast du auch noch. Aber wie gesagt... Also, meines Erachtens... Nein. Ein Speedrun ist es meinetwegen. Schön und gut. Aber es ist unfair. Bis zum... Geht nicht mehr das wirklich auf die letzte Sekunde. Bei nur einem Fehler das auszumerzen. Ja, also... Fünf Sekunden mehr hätten dann immer noch gereicht. Bin ich ganz ehrlich. Das war einfach in dem Augenblick für mich zu viel. Ja. Ich hoffe trotzdem, du bist dir das nicht übel. Du hast ja noch ein Level eingesendet. Glaube ich. Der Meinung zu sein. Wie auch immer. Ich bedanke mich ganz herzlich. Und wenn ihr auch so welche Level habt, guckt in der Videobeschreibung. Dann wisst ihr, wie es geht. Ich bin euer Troutrein. Tschö, tschö. Tschö. Bis zum nächsten Mal.